kunsthandwerk nee ich hätte gern da jungen gesellen gefilter kuh kuh sie auch aber was mag der denn gibt es das nicht auf deutsch okay war cool island er liebt salmen vegane taco mango und alle möglichen ich kann davon noch nichts machen richtig gut hervorragend okay haben wir eigentlich sowas wie kochen oder so ach man sind wir einfach noch auf null wir gehen einfach heute runter nee quatsch 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 spitzhacke machen das wollte man dafür brauchen wir auch kein monster loot ärzte und barren so und dann stein und holz ich weiß nicht wie viel keine ahnung ich nehme es einfach mal mit ich könnte mir sowas mal merken dann können wir die sachen auch gleich aufbrechen und dann gehen wir noch runter zum siedeln aufknacken spitzhacke fünf brauche ich nur okay ist irgendwas dabei was wir noch nicht hatten das wäre schön sieht nicht so aus ich muss mein minussäuren cocktail noch trinken gleich was dran vorbeigelaufen labor was viele überreste danke automatische dünger automatische ernte können wir eigentlich nie wir haben nur drei batterien wir brauchen ein paar mehr batterien da gibt es auch irgendwas zum ich weiß nicht warum ich gerade hoch laufe ich hätte auch einfach runterlaufen können das macht so gar keinen sinn ähm ich habe es vergessen ich habe es wirklich vergessen gegenstandsspenden das war jetzt nicht so viel wie ich dachte ah ja da gibt es auch irgendwas mit dem man die herstellen kann ich weiß aber nicht mehr was aber irgendwas war es jetzt gehen wir erstmal das zeug zum verkauf das da das da das da das da das ei legen wir in die mayo maschine sonstiges so zack kiese können wir verkaufen so ein kiese wenn wir das geld wieder rein holen irgendwie verschwindet gerade unser ganzes geld dass wir uns so mühevoll in den oder alpha aufgebaut haben ich muss euch ehrlich sagen ich finde der das hier hat höhere priorität irgendwie als der als die höhle was bist du denn und ewig kapia kapia ok sei lustig aus so aus wie ein kleiner kuchen so habe ich nicht auf kuchen Ich hätte noch Kuchen. Oh, ich habe noch Kuchen. Geil. Ich muss morgen unbedingt dran denken, Blumen zu kaufen. Ich möchte meinem Mann gern Blumen schenken. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Es war Valentinstag. Vorgestern. Deswegen würde ich meinem Mann gern Blumen schenken. Einmal schön alles durchnudeln hier. Das ist okay. Hängt dir noch irgendwas fest? Nee. Wir machen trotzdem weiter, weil eventuell finde ich den... Oh, nee, doch, da hinten. Der Weg ist blockiert. So weit habe ich nicht mehr gedacht. Okay. Ich mache mal da oben weiter. Der Weg ist blockiert, wirst du mich verarschen? Wenn der da nochmal zurückgeht. Ja, so viel Platz hat der da unten nicht. Das passt schon. Natürlich muss er dann fünfmal um dieses Ding rum. Okay. Wir finden den auch noch, den letzten. Ach, nicht den letzten, den nächsten. Und dann gehen wir weiter. Ich wollte auch mal in so eine Höhle runter. Und gucken, ob da jetzt irgendwas mittlerweile drin ist. Aber das machen wir, wenn wir mal volle Energie haben. Ich nehme stark an, dass das hier alles weg muss. Ja, dann geht es da drüben weiter. Dann haben wir da oben noch einen. So. Wo geht es bei dir hin? Nach da oben. Fein. So, mir klar, dass du da hoch gehst. Wo geht er denn noch hin? Ah. Er bleibt schon da. Dann können wir ja... Oh. Können wir nicht... Muss ich hier oben weiter? Nee. Geht die jetzt weg? Ja, jetzt geht sie weg. Okay. Es war so weit weg, deswegen dachte ich... Es würde nicht mehr in diesen Wirkungsbereich fallen. So, da oben ist nur eine. Tatsache, wir haben ja nur eine. Wirklich nur eine? Ja. Ach, wir können dann bestimmt auch nach unten. Und die andere noch machen. Haben wir denn schon... Warte. Nee. 670. Wenn ich jetzt da noch eins kriege, dann muss ich mal aufpassen, ob das nach oben geht. 670 haben wir. Da ist irgendein komisches Viech. Ich würde es gerne einfangen. Einen Seestern. Den brauche ich nicht. Ich brauche so einen komischen, achtarmigen Seestern oder so. Da hinten. So einen komischen gelben. Der Arsch ist wie eine Donald Trumps Topee. Ich hasse es, wenn der schneller ist als ich. Na komm. Ich habe doch bald dein endgültiges Ziel erreicht. Ja, danke. Geh ab nach unten. Uh. Eine blaue Auster. Okay, entweder geht es rechts oder... ...unten frei. Beides. Hervorragend. Dann gehen wir doch erst nach unten. Da haben wir den einen hier noch. Den wir freimachen müssen. Alter, was habe ich denn jetzt gerade für einen Lack? Warte, jetzt kann man noch mal gucken. Zehn kriege ich davon. Goll, nur noch zwei Schreine. Und dann bin ich in der Stadtwärtung aufgestiegen. Oh mein Gott. Aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Erstens ist es schon zwe... Erstens ist es schon spät. Und zweitens gehen wir die Ausdauer aus. Mit zweiteres hätten wir zwar was dabei. Aber für die Uhrzeit leider nicht. Oh. Wir müssen hier runter. Weg blockiert, weg blockiert. Und hier auch noch mal. Sonst nirgends haben wir es? Wir haben es. Sehr gut. Da haben wir auch noch jemanden eingesperrt. Da kriegen wir doch ein Geschenk von. Aber ich würde es jetzt so gern noch schaffen. Oh, hallo. Du verstehst nicht, was gesagt wird. Zielbrocken. Oh, danke. Achso, da geht es jetzt nicht weiter. Jetzt muss ich da auch noch komplett ausruhen. Und ich habe doch keine Zeit. Wir haben doch schon 20 Uhr. Da komme ich hier nicht durch. Ah ja, da ist die Wurzel. Geh weiter. Ich habe nicht die Zeit für sowas. Da haben wir wieder zwei. Jawohl. Ich darf irgendwie noch nicht zu der Höhle kommen. Was bist du denn? Das ist einfach nur ein Stein. Ja, ja. Niedrige Ausdauer. Bla, bla. Juckt niemanden. Okay, jetzt muss ich leider noch mal sowas essen. Welches kommt denn? Das kommt. So, wo gehst du raus? Wie nervst du mich? Oh, du gehst so einmal außen rum. Okay. Kann ich verstehen. Würde ich auch machen, wenn ich du wäre. Lolle ist sogar noch die... Die Wurzel. Wirst du nicht, dass es zu groß ist hier. Ich bin einfach zu ungeduldig. Oh, lolle. Da geht es sogar oben durch. Ach, das ist die Höhle. Oh ja, warte. Moment. Ich baue nochmal Samen. Bitte lass mich das noch schaffen. Bitte, bitte, bitte. Ich würde so gerne den Stadtraum jetzt noch schaffen. Ist das die? Ne, da ist keine Höhle. Es schaut einfach nur so aus. Ich hole mal den Anker hier her. Ja. Ich habe den Stadtraum noch geschafft. Ich habe schon wieder das mit 18 Uhr vergessen. Ja, die. Die. Richtig geil. So. Und jetzt haben wir noch schnell ein paar Sachen weg. Ein bisschen Zeit haben wir noch bis 1 Uhr. So. Das da, das da. Ein Sonstiges können wir den Schrott und den Müll hier packen. Stein und Holz, Stein und Holz. Essenzen. Das da muss gespendet werden. Wir hätten sogar noch Zeit dafür. Einmal kurz ins Museum, spenden und wieder raus. Zack. Gegenstand spenden. Boah, wir sind so effektiv manchmal. Manchmal so gar nicht. So. Geil. Naja, it's getting late. Ich kann das noch verkaufen. Vorhin können wir auch wieder richtig viel aufmachen. So, geh jetzt zu Bett. Stadtwärts. Neue Samen im Laden. Neue Deckel im Geschäft. Neue Klamotten im Laden. Ziegel freigeschalten. Wachtel freigeschalten. Ja. Entschuldigung. Ja. Yay, Beziehungen. Aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich die Stadtwertung besser gemacht habe, oder? Ach, hallo. Ziegel, guten Morgen. Guten Morgen. Ah ja, das ist... Ich bin eigentlich immer. Was denn? Ich würde ja lieben gern da bleiben und plaudern, aber ich bin ziemlich in Panik. Mein Hund Taku ist verschwunden. Hast du ihn gesehen? Leider nein. Armer Luke. War schon gut. Hälst du bitte die Augen offen? Ja. Taku liebt das Abenteuer, aber normalerweise kommt er nach Hause, wenn es dämmert. Er ist ein Hund aus den Bergen. Genau genommen ist er von dort oben gekommen. Einfach Suki gefolgt und jetzt lebt er irgendwie hier unten. Taku ist jetzt einen Tag weg. Ich hoffe, es ist aber ein Abenteuer. Ich werde Ausschau halten. Danke. Ich mache mir nur so arg, dass er sich vielleicht verläuft. Eventuell ist er auch nach Hause gegangen, zurück in die Berge. Wenn er das getan hat, dann bin ich froh, solange er in Sicherheit ist. Jedenfalls sollte ich wahrscheinlich gehen. Pass auf dich auf. Pass auf dich auch auf. Sollte ich später bei Luke im Weingut vorbeischauen. Werde ich vergessen. Ich versuche mich aber dran zu erinnern. Ich dachte, ich gebe dir mein Parteirezept. Ich habe es letzten Sonntag für die Familie gemacht. Das war ein Hit. Sagt Bescheid, wie du es findest. Dass die Zübung von Buttercressort schwierig sein kann. Geil. Ich muss gestehen, ich schreibe dir heute mit einem Hintergedanken. Während ich neulich Filmmaterial gesammelt habe, habe ich gesehen, wie mehrere Tiere über einen großen Holzstamm hinter meinem Haus gestoppt sind. Sie sind gestürzt und haben sich verletzt. Ich möchte dir ungern lästig fallen, aber könntest du den Stamm klein hacken? Ich habe kein Werkzeug dafür, darum brauche ich deine Hilfe. Könnte ich machen. Aufregende Neuigkeiten. Da die Stadt jetzt Note 4 inne hat, haben wir noch mehr Fördergelder erhalten. Das bedeutet mehr fortgeschrittenen Geräte, die dich unterstützen. Sieh dir das mal an. Das automatische Streicheln und den stabilen Computer. Das automatische Streicheln kümmert sich um deine Tiere und den Computer. Mit dem kann man online shoppen. Ich habe die Pläne schon fertig. Aber ich brauche noch Materialien für F&E. Komm mal nochmal vorbei und schaltet die anderen schicken Geräte an, die jetzt entwickelt werden können. Das war sehr viel. Äh, waren sehr viel Briefe. Zack. Geil, wie viel wir jetzt nochmal ernten können. So, zum Schluss hin. So, alles was Bronze ist, kann drei. Echt. Ich habe mal alles reinkommen. Was soll der Geiz? Dann haben wir auch noch zwei Sachen. собственно rans timeиниst. Musik 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 Mitarbeiter